Hallo, mit diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr den Klassiker Oldtimer mit Hilfe der DOS-Box auf aktuellen Betriebssystemen wie Windows 7, Windows 8, Vista oder XP spielen könnt. Und wir starten wie immer. Wir gehen erstmal in den Windows Explorer und werfen einen Blick auf die CD. Und ihr seht jetzt hier, wir haben hier die Install Batch File. Mit dieser Datei führen wir dann die Installation des Spiels durch. Und starten können wir das Spiel mit der OldExam Startdatei. Ja und bevor wir jetzt die DOS-Box starten, denkt bitte daran, dass ihr vorab im Laufwerk C den Ordner DOS erstellt habt. Denn in diesem Ordner werden wir jetzt die Installation durchführen und aus diesem Ordner heraus werden wir dann auch das Spiel entsprechend starten. Gut, und dann würde ich sagen, fangen wir an. Wir starten die DOS-Box und mounten wie immer erstmal die Festplatte. Jetzt das CD-ROM-Laufwerk. So und denkt bitte daran, sollte euer CD-Laufwerk nicht den Laufwerksbuchstaben D haben, dann müsst ihr diesen Buchstaben entsprechend anpassen. Also bei mir ist das CD-Laufwerk mit D bezeichnet, darum gebe ich das auch so ein. Wenn jetzt euer Laufwerksbuchstabe für das CD-ROM-Laufwerk E, F oder G ist, dann müsstet ihr das hier entsprechend ändern. Also hier vorne das D bleibt immer und hier müsstet ihr den Buchstaben entsprechend anpassen. Gut, jetzt wollen wir auf die CD zugreifen mit D Doppelpunkt und starten jetzt die Installation mit dem Befehl Install. Gut, wir möchten die Installation im Laufwerk C durchführen, geben also jetzt C ein und den Pfad lassen wir auch so wie er ist in das Verzeichnis Oldtimer und bestätigen jetzt mit Ja. Und die Installation startet. Gut, die Installation ist abgeschlossen, jetzt bestätigen wir mit Enter und jetzt nehmen wir noch die Soundeinstellung vor. Bestätigen wieder mit Enter, es startet das Soundsetup und wählen jetzt zuerst die Soundkarte für Musik. Dann nehmen wir die Soundblaster 1.0 und das gleiche für die Soundeffekte, hier wählen wir wieder die gleiche Soundblaster Soundkarte aus. 2.2.0, IAQ 5 und DMA 1 lassen wir alles so wie vorgegeben und gehen jetzt auf Einstellung speichern und Setup verlassen. Bestätigen das mit Enter und wir könnten das Spiel jetzt schon starten mit dem Befehl Old und ich würde euch aber nochmal zeigen, wie ihr das Spiel dann beim nächsten Mal starten müsstet, beziehungsweise welche Befehle ihr in der DOS-Box eingeben müsst, denn die Installation müssen wir ja nicht nochmal durchführen. Und ich starte die DOS-Box jetzt wieder neu. Wir mounten wieder die Festplatte. Jetzt das CD-ROM-Laufwerk. Wechseln jetzt auf die Festplatte, gehen in den Ordner Oldtimer, den wir gerade erstellt haben und können das Spiel jetzt starten mit dem Befehl Old. Und das Spiel läuft. Ja, dann wünsche ich euch viel Spaß mit dem Spiel. Ja, dann wünsche ich euch viel Spaß mit dem Spiel. Ja, dann wünsche ich euch viel Spaß mit dem Spiel. Ja, dann wünsche ich euch viel Spaß mit dem Spiel. Ja, dann wünsche ich euch viel Spaß. Ja, dann Ronald und ich würde euch mit dem Spiel. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020